Gut. Zugegebenermaßen weiß ich jetzt gar nicht, wie die Ausfahrt von der Achterbahn ist. So, jetzt geht's rum. Jetzt, jetzt passt's. So, jetzt kann man hier mit dem Schluss nochmal so einen kleinen Hügel machen und dann fährt das Ding noch in die Bremse. Und in die Station. So, ich denke, das Teil sieht ganz gut aus. Und, du müsstest einfach mal hier testen und eröffnen. Okay. Ah, es hört mir gerade auf. Hier auf der Rückseite müssen natürlich auch noch diese Teile hin. So. Gut. Und was können wir hier jetzt noch davor machen? Okay, das war jetzt nicht großartig auf. Oh, fahre da nur zwei Wägen. Hm. Den Liften machen wir ein bisschen schneller. 6 kmh. Immer noch eine Hammergeschwindigkeit. Ja. Okay, ich denke, die Achterbahn, die erfüllt ihren Zweck soweit. Hm. Die Originalachterbahn, die hat ja oben auch nochmal so ein schönes Häuschen. Jetzt, wo ist denn das Dach? Ich komme kurz zu schauen, ob das hoch genug ist. Das soll ja nochmal eine Testfahrt machen. Oder ob es andersrum besser aussieht. Und es ist hoch genug. Dann tun wir jetzt noch die Farbe ändern. Die Stützen machen wir hier in dem Braun. Das waren diese Teile. Okay. Okay, dann machen wir die Stützen in dem Braun. Die Führungsschienen, die sind schon ein bisschen abgenutzter. Die kriegen das dunkle Braun. Und die normalen kriegen auch das Braun. Macht das jetzt einen Unterschied, wenn ich die hier... Na ja, geringfügig. So, wir machen das jetzt so. Andere Farben pro Zug. Den ersten, den machen wir blau mit Holzsitzen. Und den zweiten, den machen wir grün mit Holzsitzen. Das sieht doch ganz schnieker aus. Wie nennen wir das Ding jetzt? Wir nennen es einfach Liebte Debs. So, jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem Stationshäuschen? Ich stelle die jetzt einfach zu einer relativ offenen Station. Ich habe da schon wieder eine schöne Vorstellung, weiß aber, dass ich die so nicht umgesetzt bekommen werde. Noch nicht. Und zwar aus folgendem Grund. So, jetzt haben wir das. Und dann machen wir jetzt folgendes. So, genau. So will ich das haben. Die hier lassen wir hier gleich rauskommen. Das wird gut werden. Hoffe ich mal testen. Ich passere mal den Park hier auf. Das hier wird vom Prinzip auch ganz einfach werden. So, jetzt schaut her. Jetzt machen wir das so. Das wird jetzt eine ganz einfache Station. Lasst mich überlegen. Der Teil hier wird ein bisschen länger. Der hier wird kleiner. Perfekt. Das passt sogar schon zu, wie ich es brauche. So, das ist eine ganz einfache Scheune, aber ich glaube, die können zu fast jedem Park vorkommen. Das wäre natürlich genial, wenn ich die hier noch schräg machen könnte, aber das ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Hier an der Seite werde ich auf normale Holzwände umsteigen. So, und hier vorne kommt auch nochmal so ein Dachstuhlgedöns hier hin. Okay, muss ich die Achtung mal kurz schließen. Und verkackt. So. Das stimmt jetzt natürlich noch nicht ganz. Also, da müsste ich später nochmal mit dem 8Ks ein bisschen drüber verbessern, damit hier die Lügen voll zu sind. Aber im Großen und Ganzen sieht das Ganze doch schnieker aus und das passt schon. So, das kann man auch als Fenster benutzen. Ja, und die Station steht soweit. Hier müsste ich noch was davor machen. Aber gut, der Rest passt dann. So, nice. Ah, verdammt. Hier auf der Seite muss ich es auch noch machen. Okay, das mache ich ein andermal. Habe ich jetzt keine Lust dazu. Hier vorne kommt dann noch so ein Schildchen hin. Zutritt verboten. Hier kommt ein Schildchen hin mit Lieb-Sips. Jetzt probieren wir mal das hier, wie das aussieht. Und es sieht in Ordnung aus. Jetzt müssen wir hier nur noch die Wege untermauern oder unterbeten oder betten oder wie auch immer. So, dann ist der erste Bereich ja schon mal fast fertig. Ich nehme mir noch zwei Wände hin. So, und hier hin, da kommen jetzt noch Bäume hin. Ich finde, hier passen die Tannen furchtbar gut. Dementsprechend werde ich hier auch viel mit Tannen machen. Wie habe ich das hier? Das habe ich dunkel. Und vor dem Dunkeln kommt ein hellbraunes Zäuntchen. Jetzt finden wir noch die Pflanzen um die Bäume rum. Ich will das Ganze jetzt nicht zu dicht gestalten. Und die Brunnen hier sollen auch einigermaßen frei bleiben. Ja, so gefällt mir das ganz gut. Gut, hier am Eingang werde ich noch diese Zäune hinstellen. Ich denke, die sind ganz zeitgemäß. So. Und mitten hier vorne rein kommt noch eine Information. Damit auch hier jeder dran durchläuft. Okay. So. Ah, wir haben nur einen dritten Wagen. Okay, der ist rot. Das passt von der Farbe. Der kriegt noch diese Sitzfarbe. Ja. Jetzt sieht das Ganze doch ganz schnieg aus. Kann man einen Preis einstellen. Okay, jetzt ist der Parkeintrittspreis. Fünf Euro, das ist okay. Es steht ja noch nicht viel. Ich würde sagen, das reicht dann nochmal für vorerst. Und ich denke mal, diese Folgen werden jetzt regelmäßig kommen. Weil ich habe jetzt ein paar gute Ideen. Und die kann man umsetzen. Ah, hier hinten steht ja noch das alte Karussell mit ein paar Leuten. Oder freut sich sogar noch. Die sind jetzt schon seit fast einem guten Jahr hier hinten eingesperrt auf dem kleinen Weg. Aber gut. Das können wir noch schnell abreißen. Und der gute war nicht mal allein. Das sind noch drei andere. Vier andere. Das wäre mal zu blöd. Jahr lang Karussell fahren. So. So. Jetzt aber. Und weg das Zeugs. So. So. Die wilde Mine Holzbahn. Das ist die wilde Maus in Minengestalt, glaube ich. Oh ja. Ah, ich denke, wir können hier später bestimmt noch ein paar gute Sachen bauen. Das soll eigentlich kein Problem sein. Holzer, Drabahnen sind doch eigentlich was ganz Schönes. Gut, dann sichere ich hier jetzt mal ab. Fanges Woods. Und das war es dann auch für heute. Viel Spaß. Vielleicht. Äh. Was sage ich jetzt schon wieder? Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Ciao.